Thorsten Loch ist ein deutscher Offizier und Militärhistoriker. Leben, Loch trat 1995 als Offizieranwärter in die Panzergrenadiertruppe der Bundeswehr ein. Von 1998 bis 2002 studierte er Geschichte und Sozialwissenschaften an der Universität der Bundeswehr Hamburg. Danach war er als Historikeroffizier bei der Panzerbrigade 21 in Augustdorf eingesetzt. 2004 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Militärgeschichtlichen Forschungsamt. 2006 wurde er bei Bernd Wegner mit der Dissertation Das Gesicht der Bundeswehr. Kommunikationsstrategien in der freiwilligen Werbung der Bundeswehr 1956 bis 1989 zum Dr. Phil promoviert. Im selben Jahr wechselte er als Kompaniechef zur Sicherungskompanie im Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung in Berlin. Von 2009 bis 2010 war er Dozent für Militärgeschichte an der Offizierschule des Heeres in Dresden. Seit 2010 ist er erneut wissenschaftlicher Mitarbeiter am MGFA in Potsdam, zunächst zuständig für das Modul Einsatz Unterstützung. Von 2013 bis 2015 arbeitete er im Forschungsbereich Deutsche Militärgeschichte seit 1945. 2015 wurde er Kommissarischer Leiter des Projektbereichs Geschichte der Bündnisse innerhalb des Forschungsbereichs Militärgeschichte nach 1945. Seine Forschungsschwerpunkte sind Deutsche Militärgeschichte, Gesellschaftsgeschichte und Historische Bildkunde. Er gehört der Redaktion der Militärgeschichtlichen Zeitschrift an. Schriften. HS geht das Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung. Geschichte, Auftrag, Tradition. Im Auftrag des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung in Zusammenarbeit mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Mittler, Hamburg 2007 ISBN 978-381-320889-4 Das Gesicht der Bundeswehr Kommunikationsstrategien in der freiwilligen Werbung der Bundeswehr 1956-1989 Oldenburg, München 2008 ISBN 978-3486-583960 HSG mit Lars Zacharias Wie die Siegessäule nach Berlin kam Eine kleine Geschichte der Reichseinigungskriege 1864-1871 In Zusammenarbeit mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt und dem Napoleon Museum Thurgau, Rombach, Freiburg im Breisgau unter anderem 2011 ISBN 978-3-7930-96689 HSG mit Martin Hofbauer, Nordafrika Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes Schöning, Paderborn unter anderem 2011 ISBN 978-3-506-77326-5 HSG mit Eberhard Birk, Peter Popp, wie Friedrich der Große, wurde Eine kleine Geschichte des Siebenjährigen Krieges 1756-1763 In Zusammenarbeit mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt und dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr, Rombach, Freiburg im Breisgau unter anderem 2012 ISBN 978-3-7930-97112 HSG mit Eberhard Birk, Peter Popp, wie Napoleon nach Waterloo kam Eine kleine Geschichte der Befreiungskriege 1813-1815 Rombach, Freiburg im Breisgau 2015 ISBN 978-3-7930-98027